MMR-Legende anzeigen. Da ist jetzt ein Bild von mir. Ein Bild von dir? Du bist die MMR-Legende, oder was? Ja! Ah ja. Die Runde kannst du auf Dings stellen. Auf Onlyfans. Genau. Auf YouTube. Oder auf Onlyfans, wenn du Leute gebummst hast. Direkt links nehmen wir uns Gegner. Da hinten ist einer. Da. Ich hab zwei hier dringend gesehen. Geh noch weiter. Naja, die müssen ja wieder zurück. Das ist ja ne Sackgasse. Einer down. Der Veranda. Da. Das ist hier runter von meinem Haus. Einer ist da down. Wer ist die Eins? Das bin ich. Einer ist im Haus hier links drin. Bei mir ist hier einer, Juli. Ich bin bei dir. Achso. Hier rechts. Einer im Haus grins. Hier. Hat nen Hit. Da, glaub ich. Ja. Ja. Ja, ich hab ihn gestellt gegeben. Hast du getroffen? Ich hab ihn getroffen, ja. Das war's. Ganz hinten ist er. Achso. Achso. Hier ist einer. Ah, der kommt mit so nem Schild. Ich hab ihn gekillt. Nice, nice, nice. Ja, Achtung. Es könnten Trolle sein. Wir kamen mit Nahkampf. Einer rechts in dem Raum hier, Juli. Ne, der ist außen. Oben. Es sind noch zwei. Oben einer. Warte, waren die denn wieder gut, oder was? Ich glaube ja. 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 The Kid steht hier. Eine Schruffel ist hier oben gewesen. Da sind zwei sogar. Da ist einer drin. Hier. Achtung. Flügeltür. Unten oder oben. Unten oder oben. Unten. Ich meine es sind zwei aber gewesen sogar. Die rennen jetzt hier lang. Die rennen außen ums Haus rum. Genau über mir ist einer, Gippi. Ja, ja, ja. Hab den oben. Nice. Hier, ich hab einen. Ist das der Kid? War das denn der Kid, Juli? Klar, mit so einem Hut. Mit so einem junger Bengel, oder? Sehr schön, Juli. Ich hab den. Dann haben wir. Dann haben wir. Guck mal, so kriegst du den Vierer ran. Ja. Mit draußen hast du ihm eine Bude gegeben, ne? Ne, von drinnen nach draußen. Von drinnen nach draußen. Ich hab eine Lebelle. Juli? Achso, du hast die Sparks, ne? Ich hab die Sparks, ja. Berthier ist, glaub ich, aber... Besser als Lebelle? Ne, ne, mehr wert als eine Sparks, glaub ich. Ich bin mir grad nicht sicher. Juli, nimm die ruhig mit, hier. Und ne Uppercut. Kannst du auch noch. Welche? Die Große? Das ist quasi die daneben hier. Die Große. Die ist, ähm... Die ist wie die Mosin. Nur mit drei Schuss. Ja. Okay, danke. Haben wir den Hinweis genommen? Die haben wir platt gemacht. Hast du sehr gut gemacht, Juli. Danke, ihr auch. Juli hat den Rucksack auf. Ja. Mit dem Robot drin diesmal. Ich bin ein bisschen Skill mit dabei. Ja, das hab ich gebraucht. Nach so viel... Nach rechts nochmal wieder zurück. Kacki. Eieieiei. Glaube ich noch nicht passiert. Ja, das ist sowohl immerhin mal ein Team geholt. Oh, Schnapp. Da irgendwo? Auf der Straße. Neben mir auch. Da im Wasser, Juli. Hier bei mir, Alter. Ich hab... Ich hab getroffen, aber die... Ab ihn. Oh, geil. Danke, ihr Schatz. Hier oben bei mir. Hier oben bei mir ein Bogenschütze. Bei mir. Ich muss kurz verspritzen. Danke, danke, danke. Wo ist der andere? Ich meine, der Letzte ist hier im Haus. Das ist mit dem Arsch. Ne, dahinter. Ach Gott, dahinter. Da hab ich doch was Schönes. Da unten, Juli. Oh, ich muss mich heilen. Der ist zu weit weg dafür, glaube ich. Nicht pushen jetzt, Juli. Lass es lieber... Ja. Der ist links. Der ist links, Juli. Auf einer Leiche. Der hat den anderen aufgesammelt. Aber der hat noch einen Bogen, der andere. Schön, Juli. Nein, der andere lebt wieder. Der andere lebt wieder. Der andere lebt wieder. Der andere lebt wieder. Der, der lebt noch. Links von meiner Leiche, Juli. Er ist da unten. Hat ein Hit. Hat ein Hit, Juli. Komm. Bei Gippis Leiche. Der holt vielleicht sein Maid wieder. Du hast Anti-Gegendiff. Das ist egal. Der andere kommt. Da. Ah, ne. Oben. Oben drauf noch. Entschuldigung. Juli, wenn du jetzt rechts fliegst, hast du den. Lass den auf jeden Fall ein bisschen auf Distanz, Juli. Wegen des Bogens. Oder ein Crossbow. Weiter links noch. Weiter links noch, Juli. Da ist er. Da rechts. Du siehst ihn. Ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Da siehst du? Mhm. Der ist hinter meiner Leiche von dir aus. Ja, ich habe ihn kurz gesehen. Juli, einfach da anaim. Botenkopf von deiner Leiche. Was soll ich machen? Soll ich rausgehen? Ne. Da ist er. Juli hat ihn jetzt. Juli, schieß. Was? Ja, ja, ja. Juli hatte vier Kills. Was ist das denn? Legende, Alter. Das glaubt doch keiner, wenn wir das den Leuten erzählen. Ich glaub echt keiner. Highlight-Video. Ich war noch nie so gut. Was ist heute los? Die fallen wie die Mücken. Ja, so hab ich die ganze Zeit kassiert. Ei, 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 da. Wilde Duden kassiert haben die da. Das kann jetzt also nur noch ein Solo maximal drin sein. Wenn die jetzt wirklich nur ein Duo waren. Ja, der Boss ist hier. Die haben wir uns spielen sehen, hatten Angst. Ich hab noch ne Splittergranate. Oh, fein. Ich hab... Ich hab keine Ausdauer. Der hat mich erschossen. Ich sterb jetzt aber immer. Ich sterb jetzt aber immer. Und ich guck bei mir nur auf den Boden. Ich kann nix machen, Juli. Ich muss erst mal Brams holen. Ist egal, wenn du stirbst, wir holen dich wieder. Ich hab grad trying to reconnect. Oh. Du stehst aber wieder. Hast du noch am Leben, Juli? Ja, alles gut. Oh boy, diese Runde. Was ist hier los? What you doing, bruh? Ich hör Juli draußen nur schreien. Ich brauche Hilfe. Ich sterbe an dem Emulator. Und Grant so. Oh nein, ich sterbe. Und der Boss so. Wär wild, wenn wir jetzt einfach auch alle gestorben wären. Ja, was hat Gippy gemacht? Und ich dachte so, scheiße, jetzt muss ich überleben. Hätte Gippy nicht mehr mit uns Hand gespielt. Ach, Quatsch. Es ist ja auch nichts gegen euch. Es ist auch nichts gegen irgendwen. Ich bin... Manchmal muss ich einfach ein bisschen Dampf ablassen. Oh nee, dann stinkt es so. Ich muss hier oben kurz frische Luft holen, denn Gippy hat Dampf abgelassen. Hat jemand einen Dynamit? Juli, das war eine bockstarke Runde, ey. Oha, danke. Dankeschön. Freue mich. Jihaa. Hat er gedroppt? Nix, ne? War eben, Grant, ne? Wo du von den Zombies da gejagt wurdest. Ja. Ja. Da wär ich so maximal Tilt gewesen. Vom Spiel. Ach, da wo? Ja, ja. Aber da wurde ich ja immerhin erschossen. Ja, aber trotzdem. Da wär ich so Tilt gewesen, wirklich. Dass du da so cool geblieben bist. Ein Vorbild. Gut, Grant ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Naja, da wird man ruhiger. Ach so. Das heißt, ab morgen werde ich auch ruhiger. Schreck dich nicht, Juli. Ja. Ja. Oh, Grant. Hast du's extra für mich gemacht? Ja. Sterb ich. Pass auf. Hey, Grant. Ja, die Runde hab ich aber an Juli mal abgegeben. Ja, ich hab auch. Ich hab zwei Kids. Juli, Fia, du auch zwei, ne? Ich glaub ich müsste zwei haben, ja. Ich hab auch, glaub ich, zwei. Juli hat vier. Oh, Mann. Das müssen wir da, Leute. Wir wären auf Top-Ragger. Wo sind wir gelandet? Wie kann das sein? Wir zusammen. Es kann sein, Juli, dass du deinen Rang 4 hast. Meinst du? Vielleicht. Ich mein, wenn du schon fast auf zwei warst, dann wohl eher nicht. Bitte. Das war ich natürlich nicht. Wer ist denn bitte zwei? Hast du schon mal so viele Kills in einer Runde gemacht? Nein. Mein höchstes waren zwei in einer. So viele wie Juli hatte ich auch noch nie in einer Runde. Ja. Echt? Hier? Hier ist schon... Wirklich? Das sind nur die krassesten. Nee, der sagt das jetzt nicht so. Wirklich, Brent? Ja, ich glaub ich hatte schon mal sie vor der Achtung. Guck. Also... Wolltest du mir halt noch mal hier ein bisschen... Danke! Also, ich hype Juli komplett. Danke! Das waren gute Kills. MMR-Legende anzeigen, da ist jetzt ein Bild von mir. Ein Bild von dir? Du bist die MMR-Legende, oder was? Ja! Ah ja. So ist es halt. So ist es halt. Die MMR-Legende. Auch anders, sag mal, zu sehen. Ja? Was willst du tun? Ah, wie schön. Nein, das schreibe ich mir doch wirklich in mein Tagebuch. Ich bin unter der Reg olden, sonst noch ein Erw centres billig mit mir nicht räuchertiger. Ich bin ja leider, der r Pens们 bei mir Zeit quem kann.